Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Tutorial auf der neuen Zombie-Karte GrottGrovir und in diesem Video wollte ich euch zeigen, wie ihr euer Zombie- oder Drachenschild upgraden könnt. Das Schild selbst ist dann nämlich ein bisschen stärker, hat dann auch nicht mehr die Farbe grün als Drachenfeuer, sondern die Farbe rot und wie das jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Was ihr natürlich als erstes machen müsst, ist erstmal das normale Schild zusammenzubauen und ich habe dazu schon mal ein genaues Tutorial hochgeladen, wo ihr die einzelnen Teile dazu findet und wie ihr das Ganze zusammenbauen könnt. Wer das noch nicht weiß, der kann ja jetzt auf den Link im Video und in der Beschreibung klicken. Wie gesagt, da habe ich das Ganze nochmal verlinkt. Nachdem ihr jetzt das normale Schild zusammengebaut habt, könnt ihr auch schon direkt mit der ersten Challenge anfangen, denn ihr müsst jetzt seit ungefähr 50 Zombies mit dem Drachenfeuer töten von diesem Zombie-Schild. Ihr habt ja diese Spezialfähigkeit, die ihr mit dieser Schießen-Taste immer aktivieren könnt. Das heißt, ihr habt ja 3 Schuss von diesem Drachenfeuer bei eurem Schild, wenn ihr das frisch aufgenommen habt und damit müsst ihr die Zombies töten. Ihr kriegt ja auch immer wieder jede Runde 1 Schuss wieder zurück oder ihr lasst einfach euer Schild zerstören, dann habt ihr auch wieder komplett 3 Schüsse zurück oder ihr wartet einfach auf Max Ammo, da bekommt ihr nämlich auch wieder 3 Schuss. Nachdem ihr jetzt nun die erste Challenge fertig habt, können wir auch gleich schon zu der nächsten Challenge kommen und diese Challenge funktioniert halt nur, eben wenn ihr diese 50 Kills gemacht habt. Denn nachdem ihr diese Kills gemacht habt, sollte auf der Karte an 3 verschiedenen Orten so ein Keeper-Symbol erscheinen und dieses Keeper-Symbol müsst ihr mit eurem Drachenfeuer von diesem Schild anschießen. Das erste Symbol befindet sich dann dort bei Strom, das heißt, ihr geht zu Strom, lauft auf die erste Etage und geht dann auf dieses Steg drauf, wo dieser Drache ja landet und schaut dann einfach mal nach links an die Wand und dort solltet ihr auch schon das erste Symbol sehen. Schießt dieses Ganze einfach an. Das zweite Symbol befindet sich dann in der Tank Factory, das heißt in der Panzerfabrik. Hierzu müsst ihr einfach wieder zu diesem Steg hingehen und dann müsst ihr euch einfach mal nach rechts drehen. Dort befindet sich ja dieser riesige Roboter und an diesem Roboter sollte sich an diesem Arm auch schon das zweite Symbol befinden. Und somit kommen wir auch schon zu dem letzten Symbol und zwar befindet sich das dann auch bei dem letzten Drachenlandeplatz und in diesem großen Raum solltet ihr euch einfach auf diese große Treppe stellen und nach vorne in Richtung Steg schauen, denn oben an der Decke befindet sich auch das letzte Symbol und somit habt ihr auch diese Challenge geschafft. Und was ihr jetzt nur noch machen müsst, ist irgendwo an einen Platz zu gehen, wo der Drache immer Feuer hinspeit. Denn ihr müsst jetzt mit eurem Zombieschild oder mit eurem Drachenschild das Feuer absorbieren und das ist wirklich nicht schwierig, denn ihr bekommt ja auch keinen Schaden, wenn ihr das Schild habt und durch das Feuer lauft und ich habe das Ganze im Anfangsraum gemacht, habe dort ein bisschen gewartet, bis wie gesagt der Drache gekommen ist und an Feuer gespeit hat und es sollte normalerweise ausreichen, wenn ihr von Anfang an bis zum Ende in diesen Flammen steht, denn das hat nämlich auch bei mir gereicht. Und solltet ihr nun genügend Feuer absorbiert haben, müsst ihr zu diesem Drachenkörper in dem Anfangsraum schauen, denn dort befindet sich ja bei dem Grabstein so eine Öffnung in diesem Drachenbauch und dort sollte jetzt angezeigt werden, dass ihr euer Schild dort abgeben könnt, dann wird das für eine kurze Zeit verbessert. Ihr müsst das sogar nicht mehr abholen, denn das wird automatisch wieder zu eurem Inventar hinzugefügt und somit habt ihr auch schon die abgegradete Version dieses Schildes erhalten. Sollte das Schild dann irgendwann zerstört werden sollen, dann müsst ihr natürlich erstmal bei dieser Werkbank ein neues Schild holen, aber könnt dieses dann auch wieder einfach in diesen Drachenbauch legen und einfach sofort wieder upgraden. Das Schild ist wie gesagt ein bisschen stärker, hat diese rote Flamme und ich denke mal hält auch ein bisschen mehr aus. So genau habe ich das nicht getestet und damit war es das jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe natürlich euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.